What's up guys? Herzlich Willkommen zurück zu 1FM Kornfeld Nicht nur gab es einen Rank Reset, der uns zurückgeworfen hat in die alte Schule des Versagertums Nein, es gab auch ein Update Wir befinden uns jetzt in Dead by Daylight 1.4 Mit einer geupdateten Version von der Engine Das heißt, das Game sieht jetzt wohl ein bisschen besser aus Und es gibt ja alle möglichen neuen Features Es gibt ein neues Item für die Survivor Quasi Sheila Böller Das können wir vielleicht mal ausprobieren Sollten wir eins kriegen Und ja, die Killer können jetzt Generatoren irgendwie zurücksetzen Also die können sie wieder kaputt machen Und dann regressen die so ganz, ganz langsam Nützt nicht viel, ist aber ziemlich cool Wir werden das alles mal ausprobieren Ich wünsche euch viel Spaß Yes, da haben wir eins Chinesische Böller Eine Reihe dicker, explosiver Objekte, die in dicke Papierverkleidung verpackten Blablabla Determiniert mit nautem Geknalle und intensiven Lichtblitzen Kann als Ableckung, als Blendgerät Oh, auch Blendgerät Wer hat das denn übersetzt? Jungs, ihr feiert euch richtig, oder? Oder zum Feiern genutzt werden Eine Einheit Also nur einmal benutzbar, oder was? Ich will doch trotzdem kaufen 3000 Euro China Böller, liebe Leute Man gönnt sich ja sonst nichts, oder? So, liebe Leute Da wären wir ja Ich hab mich für euch natürlich extra dick in Schale geschmissen Hab hier die Cracker am Start Und würde sagen, wir legen gleich mal los Sobald die Damen und Herren hier bereit sind Alright, liebe Leute Dann lasst uns mal ein bisschen rumzündeln Don't try this at home Wir sind im Kohlelager auf dem McMillen anwesen Und haben den Arsch voll Mut mit uns gebracht Okay, hier ist kein Keller Das ist schon mal sehr gut zu wissen Hi Was tust du da? Uns alle töten, ja? Nichts Sinnvolles tun, ja? Aha, ach so ist das Dann fang ich mal an, mich nützlich zu machen Oh Wir wurden gesichtet Fuck Er weiß, wo wir wohnen Da geht's schon los Da geht die Party richtig ab Vielleicht sollte ich da Nein, nicht zu mir rennen Oh, for fuck's sake Ja, sehr gut Oh, das ist ein Hack, Alter Eine kleine, süße Hack Wie so adorable Okay, ich geh ja mal weg Das ist mir viel zu gruselig Alter, da muss ich mich erst mal wieder dran gewöhnen Wer spielt denn die noch, sagt mal Ach so, die haben sie ja Ähm Genau, die haben sie jetzt ein bisschen verändert sozusagen Die hatte ja immer so eine leichte Betäubungszeit Nachdem sie sich zu einer Falle hin teleportiert hat Das haben sie jetzt irgendwie abgeschafft Ich weiß nicht, ob der das so viel nützt Eigentlich ist er immer noch ein ziemlich beschissener Killer Aber mal sehen Der ist halt immer noch langsamer als andere Und das ist, ja Gerade wenn man Highrank spielt Irgendwie totaler Bullshit Aber let's see Aber let's see Wir sollten das eigentlich packen Zumindest, wenn die Dame nicht ganz so viel Erfahrung hat Hey, ich hab nen Böller Möchtest du meinen Böller Guck dir meinen Böller an Mech Warum möchtest du nicht mit mir schlafen Ich liebe dich noch Mech, bitte warte Warte auf mich Oh Gott Die jagt die immer noch, Alter Ach genau, geh erst mal da rein Moment mal, ist das hier eine Falle? Wait, what? Das ist gar keine Hack Ist das ein Trapp? Das ist ein fucking Trapper What? Ich hätte schwören können Das war die Hexe Why? Bin ich so blind? Was ist los mit mir? Okay, liebe Leute Irgendetwas vernebelt meine Optik Vielleicht habe ich ein bisschen Blut auf der Brille oder so Soll ja vorkommen Gut, ich helfe den Jungs mal Während die da beschäftigt sind Er scheint irgendwie nichts gebacken zu kriegen Hey, Jackie Boy Jackie Boy Let's do it Let's do it Lasst uns Scheiße tun Lasst uns irgendwas Ja, macht das kaputt Macht das kaputt Genau Genau, macht das kaputt Guter Jake Guter Jake Ich gehe mal hier längst und suche einen Jenny Boy Jenny Boy Ähm Ich sehe hier einen Mist, ey Irgendwie ist das viel dunkler, habe ich das Gefühl Fuck, jetzt habe ich meinen Sprint Blast verschwendet Ist egal Wo ist denn der? Was macht der Killer? No, seriously Wo ist der? Jagt er die immer noch? Das kann doch wohl nicht wahr sein auf der Karte hier Nein, fuck, egal Ich war's Ich war's Ich will den Böller auspuppen Ah Ah, okay Alles klar Da sind sie Dann sind sie Hilfst du mir mal hier bitte? Ich brauche mal dein fluschiges Händchen Ja, ja Sieht gut aus Sieht gut aus Oh Die ist hingefallen Vorsicht, da ist eine Wurzel Hätte ich dir sagen sollen Wir wollen auch was drüber gesteuert Vielleicht solltet ihr vielleicht mal helfen da oben Bevor ihr noch etwas sehr, sehr Schreckliches zustößt Okay, jetzt sollte ich da mal hingehen Man kann auch mit den Böller und den Killer blenden Vielleicht kann ich die dann Vielleicht lässt du die dann los Ah, ist zu spät Ist jetzt zu spät Verdammt Verdammt, 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 verdammt Okay, ich gehe mal hier zu ihr hoch Ich gehe ihr mal helfen Oder vielleicht gehe ich ihr helfen Oh no, for fuck's sake Ah ah Bäm Mist Wow Superböller Nein Nein Aha Verdammt What the fuck Bullshit Dieser Schlag war Bullshit, mein Lieber Oh, er haupt, er haupt drüber The God Der Gott, liebe Freunde Oh shit Oh shit, boys Oh shit, boys Whee Sprint to Burst Okay, wo soll ich denn hin, Mama? Wo soll ich denn eigentlich hin? Nein, 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 nein Ah Wo schwingst du denn hin? Mein lieber Freund Direkt in deine Träume und Hoffnung Ja, ja, ich verstehe das schon Whee Du kriegst mich nicht Du kriegst mich vielleicht Doch Verdammt Oh Er respektiert Paletten Das sollte er nicht tun Wie lange kann ich ihn aufhalten? Wie lange braucht er für einen fucking Generator? Bitte beantwortet mir diese Frage Jetzt Äh, deine Fresse Ja, damit hast du nicht gerechnet, was? Wie Wie Warum Stellst du hier keine Fallen, Dude? Why? Warum ich überhaupt? Fucking hell Fucking hell Wie Warum ich? Was hab ich dir jeweils getan? Ich hab dir sogar meinen Böller gezeigt Dieses Fenster ist so behindert, ey Das ist so beschissen für den Killer Okay, okay Okay, ganz langsam Du schaffst das Oh Alter Ja Du massierst mal kurz die Luft da, ja? Alles For fuck's sake For fuck's sake Spring Burst No No Du hast mich umgebracht Ah, verdammte Axt Alles klar Nein, warum denn jetzt? Warum nicht zwei Sekunden früher? Coole Maske Darf ich mir die mal ausleihen? Ich weiß Ich hab dich richtig angepisst gerade Verdammt Ich hab Ich hab überhaupt nichts geschafft In der Folge Ich hab nur Blödsinn gemacht Würde dir mich Würde mich hier jemand Bitte runter Rennen Team Oh, keine Falle unter dem Okay Muss auch nicht sein Nein Bitte renne nicht zum Bitte rennt hier nicht rum Ach, verdammte Axt Team Please Renne in die andere Richtung Und renne dahin, wo nicht Genau Mach einen Haken Oder einen fucking Totem Fick dich Oh Gott Ich komm hier nicht raus, oder? Nein 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 Verdammt Hätte ja klappen können Jetzt bitte Jetzt bitte Timing 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 Alter, die Belovere waren richtig gut Oh, die haben dir richtig viel geholfen Freunde Wenn ihr auch nur ein bisschen hinmachen Oh, for fuck's sake Warum? Hau ab Habt ihr nichts getan, Mann Okay, ich war ein bisschen nervig eventuell An dem Fenster und hier und da Hättet ihr mich für nicht versucht zu heilen, dann wäre ich entkommen Jetzt 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 Rennen 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 Oh, for fuck's sake Oh, Gott Dammit Wow Klasse Spiel Sehr gut Deswegen bist du Rang 18 Ne, ich spiele in letzter Zeit irgendwie gar keinen Survivor mehr Ich war glaube ich Rang 14, 13 oder so Vom Rank Reset Ich war schon lange nicht mehr im lilanen oder roten Bereich irgendwie Oh, ich hab ein Safety Pip bekommen Yes Oh, fast Wow Gar nicht so eine schlechte Punkte Also die Böller sind ja richtig Also, die machen Trash, oder? Ich hätte sie gerne am Ausgang ins Gesicht geschmissen oder sowas Wow Gut gemacht, Seth Richtig gut Das hier ist übrigens ein super geiler Endscreen Fällt mir gerade auf Sieht mega episch aus Okay, let's go Ich weiß, ich könnte mal wieder den Geist oder so spielen Aber ich will eigentlich Eigentlich, eigentlich will ich den Hillbilly spielen Okay, los Komm, komm Let's go Lass sie uns schlachten So, was nehmen wir mal hier? Ähm Schnell Paletten durchbrechen Kurz einen Cooldown bei Melee-Angriffen One-Shot, wenn die Tore aktiviert sind Und das hier war super lange Buggy Das hat nicht funktioniert Du kriegst so eine Explosionsnachricht Wenn irgendwo jemand eine Krähe Sozusagen gestartet hat Dass wir noch zu dicht daran vorbei sind Oh Erfahrene Survivor Line Wait Was ist denn da hinten los? Warum ist er so dunkel, der Herr? Ich meine Nicht, dass ich Vorurteile hätte oder so Okay, let's do it Ich frage mich, wie ernst die mich nehmen könnten Wenn die wüssten, was ich gerade für einen Hut aufhabe Ich wünschte, ich könnte es ihnen irgendwie sagen Oh boy Kohlelager Nicht die schlechteste Karte Das wirkt auf dieser, auf dieser neuen Engine alles viel dunkler Ich weiß nicht, ob euch die Veränderung sozusagen auffällt Aber wenn man das eine Weile hier spielt Hi Na? Ja, ja Ja, ja, ich sehe dich Komm, du kriegst doch gleich ein Küsschen, mein Lieber Whee Und schon geht die Party los Und ich bin auch glücklicherweise eingeladen Verdammt Verdammt, das war trüben Okay, hört ihr das mit diesen Krähen? Hinten, das waren auf jeden Fall Krähen Ja, ja, ich bin immer noch da Das war eine richtig gute Idee Richtig gutes Fenster Hat gut geklappt, pass mal auf Hast du schon eigentlich meinen Hut gesehen? Komm, ich zeig dir mal meinen Hut, Jake Pups So Wir suchen jetzt hier erstmal ein hübsches Plätzchen für dich Ich hab hier unglücklicherweise keinen Keller Deswegen müssen wir uns ein bisschen anders behelfen So, pass mal auf Oh Jetzt guckst du dir mal bitte meinen Hut an Look at it Look at it Er ist wunderschön Findest du dich auch? Yeah Was war denn hier eigentlich los? Meine Schätzchen? Hm? Was war denn hier los? Was machten ihr alle hier? Sag mal Du kannst dich nicht tarnen Mit diesem komischen Trainingsoutfit Es funktioniert nicht Oh Gott Gute Palette Ne, doch Gute Palette Sehr gut Hat mich Hat mich ziemlich erwischt, muss ich sagen Oh Okay, wir machen Ring Around the Rosie, ja? Weil das ist das ist was Survivor tun Ne, ich kann es ihnen ja nicht von... Was? Was? Danke, hi, grüß dich Willst du ein Freigetränk? Oh, ist leider alles alle gegangen gerade Pass auf, kriegst du einen Haken durch den Rücken Da sollte dir aufgefallen Hey Machen wir es eben so Holbier aus Ich liebe diesen Krähenpöck Der ist awesome Sonst hätte ich hier den Scheiß gesehen Na doch, ich mag das Trainingsoutfit Ihr seid aber auch frech dachsig veranlagt Ja, meine lieben Freunde Ne, dich jage ich nicht Ich jage jetzt Was? Warum rennen die immer auf mich zu? Was ist mit denen los? Also, was versuchen die hier zu beweisen gerade? Ich habe so dämlichen Hut auf Du kannst mich eh nicht ernst nehmen, Dude Okay, alles klar Sehr gut, sehr gut, sehr gut Den habe ich offensichtlich verdient, oder? Den habe ich offensichtlich verdient Hier ist keine Palette mehr Die wurde gerade soeben verschwendet Was macht ihr da eigentlich kaputt, hm? Das ist ja meine Generator Ach, ich muss das noch ausprobieren mit dem Tag Ja, alles klar Guck mal Weht Das ist mein Generator Ich mach den kaputt, ja? Ich mach den kaputt Verdammt Das wird ja klappen können Wenn du als Killer weißt, was Survivor nutzen Verdammt Zum Beispiel dein rotes Licht Wenn du um die Ecke kommst Dann wissen sie halt, wo du bist Das ist halt super verräterisch Wenn du ungefähr diese ganzen Abstände abschätzen kannst Dann Hey Das ist fies und gemein Das ist fies und gemein und unfair Verdammte What the f- Fick dich Ah, ich weiß Ah, das scheint ein sehr, sehr guter Killer zu sein Hm, ja, hm, 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 hm Hiiii Bim Ja, also Beachte mich einfach nicht mehr Ich baue hier ein bisschen Eisenherz ab und so In den Regen meiner Verlobten und so weiter Ich hoffe, du verstehst das Du bist ein Schätzchen? Ach, ich hab dich gesehen Möchtest du bitte meinen Hut sehen? Soll ich dir bitte meinen Hut zeigen? Wo bin... Ah, okay Nein Ah, 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 ah Krieg dich schon noch Alter, hier explodiert alles Alle Nasen lang Nein, ich werde dich nicht durch dieses fucking Fenster jagen Leck mich am Arsch, ey Ist der hier schon an? Nee Oh, hier geht was Hiii Hach, ha, ha, ha Shake Hands So macht man das, wenn man höflich ist Bist du höflich, Jake? Willst du höflich sein? Gute Taschenlampe Gute Taschenlampe Sehr gut gemacht, Jake Nee, doch, Versuch Zeig's mir deinen Taschenlampe Ich zeig dir meinen Hut, okay? So machen wir das Wie Gentleman regeln wir das, okay? Ja So Erledigt Und keine weiteren Fragen Bam So Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Nee, sagt ruhig an Ich bin bereit Tag Hier sind keine Paletten mehr, Dude Keine Paletten mehr Deswegen sollte man eigentlich Ähm Das nutzen, wenn die von Palette zu Palette rennen Yeee Au Aua, ne? Aua, ne? Oder? Nicht Aua? Doch, bisschen, ne? Äh Läuft gar nicht mal so geil Für mich hier gerade Fuck, wo sind meine Haken? Jetzt macht ihr auch noch meine Haken weg Nein Da hab ich aber was dagegen Freunde So spielt sie's aber nicht schön Oh fuck, er kommt raus Oder er kommt raus Ich dachte, ich seh grad Die neue Engine verwirrt mich übelst Manchmal seh ich irgendwelche komischen Sachen Und ich kann sie mir nicht erklären Ja, ja, schon Oh Was denn? So we meet again Ist schon okay Ist schon recht Ich tre- Hab ich schon gesagt, dass sie die Hitboxen von den Survivoren verkleinert haben? Also ich bin nicht unbedingt schlecht Ich kann mich nur nicht Ich muss mich erst dran gewöhnen Sagen wir es so Siehst du das? Das passiert dann neblich Du kannst doch wie beim Hammer immer ausweichen, Baby Können doch so viel Spaß miteinander haben So viel Spaß Pass auf, du kommst jetzt noch an, Haken Und wenn ich dich das ganze Spiel überjagen muss Tach Nein Sie kommt an, Haken Oder auf mich Oder ich bekomme richtig in die Fresse Ja, ist ein guter Survivor Ich weiß Ich hab's begriffen Du bist ne Monstrosität gar Schon okay Aber nicht mehr lange ist jetzt hier Nicht mehr lange Das Heavy ist da So, bring ich denn dich jetzt hin, sag mal Oh fuck yeah Wir haben nur noch drei Haken hier Plus Keller Sehr, sehr schön Haha Nein Das lassen wir schön bleiben, ne? Gute Taschenlappe, Jake Wie immer Doch, Herz aller Liebst Hast du richtig toll gemacht Wenn du glaubst Wenn du glaubst Ich geh jetzt hier weg Wenn ich dich hier Gute Rettung, Jake Gute Taschenlampe, gute Rettung Es greift alles ineinander Es ist alles ein stetiges Prinzip Ich verstehe das Hm, woher hab ich das nur gewusst Aua, ne? Okay, jetzt hab ich echt einen Vorteil Dass hier die Paletten nicht mehr sind Ja gut Ja gut, sehr gut, sehr gut Es sind alle einfach mal verletzt Es sind alle verletzt Jiii Wuhu Was habe ich nur angestellt? Ich wüstling ich Was ist das? Achso Meine Dekoration Meine Dekoration Okay, die haben noch einen Einen Generator Müssen sie nur machen Das nützt nicht viel Dieses Ähm Dieser Generator Regress Ich glaube 70 Sekunden dauert es Bis es 25% Resetted ist Oder so Das ist halt echt Das ist halt echt super langsam Oh Okay, bye Warum Warum disconnected? Ja, es gibt tatsächlich ein paar Bugs noch Irgendwie Das Spiel schmiert manchmal ab Das ist nicht so geil Muss ich sagen Alter Hier fliegt alles in die Luft Mein ganzer Garten Es hat super funktioniert Sorry, ich wollte dich nicht auslachen Aber Ähm Yeah Okay, fuck Fuck me Okay, okay Leck mich Ich komme da nicht hin Ich habe keinen Special Perk You know Nein 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 Du legst dich erst mal hin Tja Mein Freund Wärst du immer nicht so gierig gewesen Oh fuck Ich kann dich nicht zum Haken bringen Ne Doch, doch, doch Das schaffe ich Das schaffe ich Oder Wenn ich das nicht schaffe Das wäre lächerlich Also wäre fuck Du stirbst doch Mein Freund Du hinkst zweimal dran Du verdienst es bitte Zu sterben Keine vierte Jones Jones Bye 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 Raus jetzt hier Nimm deine Taschenlampe mit Ich habe ganz vergessen Dass ich no it enough Also No one escapes death Niemand dritt den Tod Amazing Also Sorry, aber das ist großartig Ich schaffe das nicht zum Haken Ich schaffe das nicht mehr Oh no Fucking hell Nein What? 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 Ich habe ihn gerade quaken gehört Wo ist er denn? Ach, er ist über alle Berge Ach, das ist aber schade Der hat sich kurz mal an seine Windeln gemacht Schön Schön Null Okay, bye Okay, bye Kriege ich noch einen Schlag Nein, kriege ich ihn nicht mehr Schade eigentlich Oh, bye Okay, ciao Wee War ein gutes Match War ein gutes Match Boah, ich habe mega viele Punkte gemacht, glaube ich Trotz Hut Wow Wow, ja, sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Es geht voran I had the key Äh Okay, für die Für die Für die Hedge Meinst du sie wahrscheinlich Für die Für die Falltür GG Hey Hey What up? Ich war zweimal Killer Ah, okay Ich bin Ja, vorhin wahrscheinlich Da bin ich gecrasht Äh, oder war das Oder wer war das Ja, okay Für alle ist es gecrasht Das ist ein Problem mit der Engine GG's Alles klar Okay, ja, es gibt immer noch viele Bugs Extrem viele Leute sind super angepisst Ähm, von diesem Patch Weil der irgendwie Nicht das Macht, was er versprochen hat Es gibt super, super Krass viele neue Bugs Die alten Vieles von den alten Sachen wurde gefixt Aber teilweise Auch so komische Dumme Probleme Dass sich die Perks Auf Level 1 Sozusagen zurücksetzen Wenn man sie sich neu ausrüstet Bei jedem mal Und alles so ein Übelst du misst Oder wenn der Ähm, Killer Disconnected Dass dann irgendwie Man seine Addons Und sowas verliert Das ist halt Das ist halt echt furchtbar Irgendwie Super viele Leute sind mega Außerdem Es gibt auch so So ein Soundbug Als Killer Hat man manchmal Dass man So ein Tunnel Audio hat Also Man nur Sachen hört Wenn man direkt Auf sie guckt Das heißt Wenn ich mich vom Generator Wegdrehe Dann höre ich den nicht mehr Ob der an ist Und das ist halt super krass Weil du dich so viel Auf Geräusche eigentlich Verlassen musst als Killer Aber Ja gut Vielleicht kriegen sie das noch hin Ich bedanke mich bei euch Vielmals fürs Zuschauen Ich hoffe ihr hattet Spaß Ich hatte auf jeden Fall Spaß Ich hab immer noch Spaß mit dem Game Ähm Lasst mich gerne mal wissen Unten in den Kommentaren Ob ich mehr spielen soll Und dann sehen wir uns Beim nächsten Mal wieder Bis dann Na rein Und ciao